Lars, bitte Wegbeschreibung und I-Bahn Nummer nennen. 27.06.2019, Wegbeschreibung, Oberstasch, Nebelhornbahn, Federer passiert. Dennis hat einen neuen Freund. Den Sonnenschirm. Heißt Peter. Ich habe ihn gestern kennengelernt. Wir haben uns auf Anhieb verstanden. Was war doch das jetzt? Raindrops from the grill. Was gereift? Toll mal gute Kohlen. Kohlen! Tom! Das sind aber keine Wanderschuhe. Dennis. Was lasst du Arschloch? Dein Gesicht bedeckt das Bild. Ja. Was sagst du denn hier von Berg? Dennis. Wie hoch? Was ist das denn gewesen? Der Weg ist auf die Erde. Seht man zur Aussicht. So. Seht man zur Aussicht. Gute Aussicht. Also hier unten gerade nicht, aber wenn man da oben vielleicht. Wie war's dann? War gut. Wie immer. Na sehr. Ja. Ja. Nina. Ja. Aussicht. Wunderschön. Ja. Lars. Baume. Ich seh unser Baum. Mää. Lars. Wie würdest du? Olaf. Was machst du da? Schön. Was grillst du denn schönes? Überzeug dich. Nichts für schwache Nerven. Lars. Tote Tiere. Lebendige Tiere. Lebendige Tiere. Lebendige Tiere. Inzwischen bei Olaf. Ja, Kinder. Jetzt bin ich wieder da. Ich brauche eine Haustür. Guck mal. Ich spreche mit Menschen. Sprechst du mit Menschen? Ja. Hallo. Das kommt bestimmt irgendein Video. Hallo. Sie haben rote Menschen hier. Oh je. Ah. Ah. Aua. Mach doch doch ein Schäbchen da rein. Ich schieb dich gleich so ein Schäbchen und dann hinten. Du, Arschloch. Was noch Arschlöcher?